In der Aurix-Plattform setzen wir auf leistungsstarke Multi-Core-Prozessoren, die eine zukunftsfähige Technologie darstellen. In diesen Prozessoren können wir eine sichere Trennung der Safety-gerichteten Applikation zur Non-Safety-gerichteten Applikation darstellen. Das hat den Vorteil der Hersteller, dass wir den Aufwand in der Produktpflege reduzieren. Ebenso ist die Langzeitverfügbarkeit der Produkte durch die Plattform gesichert. Das skalierbare Produktportfolio der Plattform mit denselben elektrischen Eigenschaften bietet die Möglichkeit, dieselben Funktionalitäten bei verschiedenen Maschinen einzusetzen. Daher kann der Hersteller einfach die Applikation von einer Steuerung auf die andere übernehmen. Die Produkte der Viererei bieten die volle Unterstützung der STW-Toolchain. Wir bieten außerdem die Möglichkeit, aufwands- und zeitoptimierte Entwicklungen von kundenspezifischen Steuerungen auf Basis der vorzertifizierten Plattform anzubieten.